Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Forza Horizon 5. Und ich würde sagen, wir legen hier auch mal direkt los, indem wir uns hier mal unser Haus angucken. Ich habe mir noch nie das Haus angeschaut, das merke ich gerade. Was ist denn hier los? Das hier ist mein Haus. Schön im Ding. Mal sagen, was kann man hier eigentlich drücken, wenn mein Haus betreten drücken? Was drückt man da? Ich glaube, man kann dann nicht rein, oder? Nee. Okay, okay, okay. Ich wollte auch nur gucken. Beide Funde. Ah, hier. Ein Racing Escort MK1. Mhm. Das ist wirklich ein geiles Ding. Mach ich. Okay. Hm. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen sollen, hätte ich gesagt. So. Und dann, ich habe mir gerade hier einen Fickenring reingehauen. Wir können ja mal hier gucken, was gibt es hier so neu? Mhm. Das ist auch neu. Was ist das hier? Ach so. 10 von 14. Das hier könnten wir machen. Bei nächster Gelegenheit, enden. Okay, wir fahren mal dahin, würde ich sagen. Diesmal auch mal mitkämpfen. 200 Metern, rechts abbiegen. So. Ja. Okay, so. Fahren wir mal kurz mit 300 Sachen dahin. Boah, so in echt zu fahren, wäre schon geil, ne? In 400 Metern, rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Aua. In 100 Metern, rechts abbiegen. In 400 Metern, links abbiegen. Moin. Kurz mal hier durch so ein Haus brettern. Boah. Da war dann auf einmal steigend. Rechts abbiegen. So. In 400 Metern, rechts abbiegen. Boah, das ist ja Bugatti, Alter. Er ist zu schnell, um so rein zu fahren. Ich werde das bald auch so machen, dass ich tatsächlich vor Survivor 5 nicht mit dem Controller spiele, sondern mit dem Lenkrad, weil ich habe mir ja jetzt das neue Lenkrad geholt. Und ich habe allerdings noch zu wenig Speicher, aber das Speicherproblem wird im nächsten Monat auch weg sein. Also geduldet euch noch ein bisschen. Also in einem Monat werdet ihr dann auf jeden Fall auch mehr Spiele mit dem Lenkrad sehen können, weil ich dann einfach mehr Speicherplatz habe, um die dann zu installieren. So. In 400 Metern, rechts abbiegen. Ha, die bellen gerade rum. Ich glaube, ihr hört die sogar. Du hast dein Ziel erreicht. So. Ich muss mal kurz hier eine Nachricht ankicken. So. So nun natürlich. Empfohlen. Der ist ja in allem besser. Warum ist der denn empfohlen dann? Wollen wir mal? Ich würde sagen, wir fahren mal mit diesem Audi hier in Mannenrennen, weil das haben wir ewig nicht gemacht. Mit einem Audi RS3 Sportback. Auch ein schönes Auto. Mein Lieblings-Auto von Audi ist tatsächlich der RS7. Wie zuniesweise auch RS6. So. Ich habe immer noch dieses Weihnachtszeug an. Meinster. Honda. Honda. Mann. Okay. Veranstaltung starten. So. Mal sehen wie es wird. Ja gut, meine Verschleunigung ist halt kacke. Aua. Als wenn ich die... Ich bin jetzt super kacke. Aha. So, ich bin wieder zurück. Nach langer Zeit. So, wir fahren jetzt erstmal weiter. Okay. Also die Geschwindigkeit ist natürlich nicht so geil. Hätte ich hier lieber den Bugatti nehmen sollen. Aber das Handling ist schon geil, ne? Okay, ich bin vierter. Okay, ich bin vierter. Okay, ich bin vierter. So. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, also nicht wundern. So. Okay, ich bin erster. Mal sehen wie lange tatsächlich. Okay. Okay, Kurve habe ich eigentlich recht geil genommen. So. So. Warum hakt das hier manchmal so? Okay. So. 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 So, wie auch immer ich das geschafft habe, dass ich mit einem RS3 erster werde. ich habe es tatsächlich geschafft geil sehen als mikrofon getroffen geil 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 wie auch immer ich dieses ding geschafft habe egal was ist das für musik geil ist einfach schwarz geil will ich auch noch was kommen jetzt ist es da gewinnerst und gaming 427 let's go bin jetzt level 37 geil 2000 credits weiß ich ob das unbedingt so geil ist ok warum ist meine lautsprecher so leise ok der sound ist aber schon geil das ding ist irgendwie auch ein bisschen weiß oder wo bin ich zur hölle egal also ich würde sagen das war's mit dem video und wenn es euch gefallen hat lasst gerne like na gut in kommentare schaut was immer auf meine distro dann vorbei ist und in der video bestellung verlinkt aktiviert die glocke wenn ihr kein Video mehr verpasst ab und vor auf den tag hause an das aber erstmal ich hoffe euch